Volkswagen Golf ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 20.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Particle-Filter, Bluetooth, Tempomat, Start-Stop-Automatik und vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an das Schaltbetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.